Und das funktioniert noch. Vielleicht machen wir ja demnächst eine eigene Spatte auf. Es gibt ja auch die Antikflieger für Modellbauer, die aus den 30er, 40er, 50er Jahren alte Modelle nachbauen. Vielleicht machen wir mal sowas auf für Jetmodelle mit den allerersten Helpsbautriebwerken. Oh, oh, oh. So, charakteristisch für die ersten Friedberger war das schöne hohe Pfeifen. Oh, das funktioniert noch ganz gut, würde ich sagen. Der andere Fascazone. Okay. Okay. So, das könnte schon die Landung werden. Da kommt er sauber rein. Mit Zwischengas. Und die Erde hat sie wieder wunderbar aufgesetzt. Danke, Dominik, für die Sonne.